Ha 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 ha, Stay in the light Stay in the light Hey Stay in the light Ha 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 Da ist ein Flugzeug Ha 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 Da steht im Licht Im Rampenlicht Im Rampen Rampen im Rampenlicht. Ja, hi. Ja, ich bin's wieder und das ist eine schöne Methode, um den Piloten so den Tag zu versauen. Wenn sie landen, singe ich dieses Lied. Ja, und dann, wenn ihr aufmerksam auf meinen Gerede! Und dann ja... Und da, dann kann ich... ...woll dich singen! Aber es ist schon lustig, dass durch diese Methode solche Flugzeuge, also jetzt aufgepasst, Flugzeuge bleiben an den Flughäfen stehen, weil die Piloten krank sind, weil sie durch mein Gerede eine Ohrverstöpfung haben. Dann, äh... ...bleiben diese Flugzeuge halt... ...also die guten Flugzeuge da halt an dem Flughafen stehen. Nun kommen die wieder raus! Und ja, die schlechten Flugzeuge, die haben... ...saufort, wieder raus! Und dann, ja, kommen die raus! Und, äh, kommen nie wieder rein! Und die besten Flugzeuge bleiben! ...lau-weiben! ...lau-weiben! ...lau-weben! ...lau-ah, nam 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 nam, na! ...hahaha, sieht aus wie ne Ratte. Nehheh, sieht aus wie ne Ratte. Naja, also das ist jetzt auch nicht das... Das ist auch das Ding, wenn diese Flugzeuge, die gut sind, halt in dem Airport bleiben, dann können diese Flugzeuge nicht mehr weg und ich kann dann ein Millionenfoto machen, das wird mir dann so viel Geld bringen. Da kommen die wieder raus! Und ja, das ist dann ein Millionenfoto und das wird dann auf der ganzen Welt geteilt. Und ja, ich hoffe, dass mein Foto angenommen wird und dass mein Flugzeug nicht wieder vernachlässigt wird. Also, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!